Die Straße unter den Linden aber sah sechs Stunden lang den nicht abreißenden Zug der Hunderttausenden, der zum Lustgarten strömte. Das fortschrittliche Berlin bewies erneut, dass es sich auf einem guten Wege befindet, auf dem Weg zu einem besseren Leben durch eigene Kraft. Hermann Schlimmel, Vorstandsmitglied des FDGB, gab dem Ausdruck, was diese 700.000 Demonstranten einte. Denn im Kampf um den Sozialismus muss sich die internationale Solidarität der Arbeiter aller Länder bewähren. Denn ohne Sozialismus gibt es keinen dauernden Frieden und keinen Wohlstand. Die Werktätigen Berlins haben bewiesen, dass sie ein Teil der fortschrittlichen Kräfte sind, die zur gleichen Stunde in allen Hauptstädten der Welt für die gleichen Ziele auf die Straße gingen. Am Abend fanden sich überall in den Betrieben die Menschen... Das werktätige Berlin ist in Bewegung. Immer neue Kolonnen von Arbeitern und Angestellten ziehen von allen Seiten zum Stadthaus, dem Sitz des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. Insgesamt zwei... Insgesamt zwei ... Vielen Dank.